Hallo, ich bin Elie Jenix und das ist der 17. Part meiner Werwolf-Challenge. Viel Spaß! Und wieder sind wir zurück bei unserer Familie Hemming. In diesem Part hat unsere Raya Geburtstag, also sie wird endlich zum Kind und ich bin schon so, so gespannt, wie sie aussehen wird. Deshalb werden wir jetzt dann gleich in den Part hinein starten. Aber vorher noch ganz kurz, wenn dir meine Videos gefallen, dann vergiss nicht, mich zu abonnieren, die Videos zu kommentieren und auch zu liken. Besonders Kommentare sind wirklich sehr, sehr wichtig, deshalb gibt es wieder eine Frage von mir. Was ist eigentlich dein liebstes übernatürliches Wesen in die Sims 4? Also sind es Werwölfe, Vampire, Meerjungfrauen, Hexen oder was es sonst noch gibt? Schreib mir das oder was auch immer du willst, sehr, sehr gern in die Kommentare. Und wir starten jetzt in den Part hinein. Und hier sind wir wieder. Lilly ist uns besuchen gekommen und die beiden spielen jetzt gemeinsam Ball. Es war wieder dieses typische, sehr beinliche Szenario, dass Lilly einfach da war und gesagt hat, hey, Iana, wollen wir nicht beste Freunde werden? Und ich habe mich dazu entschieden, dass sie nicht beste Freunde werden. Deshalb mögen sie einander jetzt nicht mehr so gern. Iana ist ein geselliger Sim, weshalb ist sie ganz besonders schmerzt, dass ihre Freundschaft mit Lilly bröckelt. Es ist schwer, das nicht persönlich zu nehmen. Dann ist sie noch erschrocken. Iana beurteilt die Beziehung zu Lilly noch nicht als beste Freundschaft. Vielleicht kann etwas Distanz helfen. Und Lilly ist deprimiert wegen Ablehnung gegenüber von Iana, ja. Also eigentlich verstehen sich die beiden gerade gar nicht so gut, aber trotzdem spielen wir mit ihr Ball. Oh wow. Ich glaube, das war mit Absicht. Okay, auf jeden Fall wollte ich eigentlich ins Geschäft gehen und eben Dinge verkaufen. Aus irgendeinem Grund funktioniert es aber nicht. Also ich weiß nicht warum, aber mein Spiel hat da ein Error. Ich hoffe, das Grundstück ist nicht verbuggt. Und in der Zwischenzeit hat Iana aber ein seltenes Sammelobjekt gefunden. Und zwar die Statue des wölfischen Begleiters Rengar. Und das heißt, ich hätte gesagt, wir suchen jetzt Christopher. Und dann können wir dem anderen Rudel beitreten. Oh, Christopher ist nicht hier. Ja gut, dann müssen wir ihn wohl anrufen. Okay, dann rufen wir ihn einfach mal an, dann soll er vorbeikommen. Und dann können wir uns nämlich der Moonwood Kommune anschließen. Und aus irgendeinem Grund leuchtet Raya Grün. Also es sieht aus, als würde sie stinken, aber sie stinkt nicht. Und ihre Windel habe ich auch schon gewechselt. Ich meine, sie hat heute ohnehin Geburtstag. Ich hoffe, das bleibt nicht, wenn sie ein Kind ist. Aber irgendwie ist es auch seltsam, dass wir da jetzt so ein stinkendes Kleinkind haben. Ja, leider kann ich das gerade nicht ändern. Und außerdem haben wir hier eine Müllpflanze. Iana, die Müllpflanze kann tatsächlich weg. Und der Geburtstag von Raya naht. Denn die Kleine hat tatsächlich morgen schon Geburtstag. Und das möchte ich auf jeden Fall in diesem Part noch spielen. Wie gesagt, eigentlich wollte ich in diesem Part arbeiten und einfach schauen, dass Iana jede Menge Dinge verkaufen kann. Das ist doch ein anderes Grün. Okay, ich verstehe nichts mehr. Versuchen wir ihr noch einmal, die Windel zu wechseln. Kinderbetreuung? Wir können ihr gar nicht die Windeln wechseln. Alles klar. Okay. Christopher, wann kommst du zu uns? Bist du schon da? Oh, er ist schon da. Oh, er ist schon in unserem Haus. Und weint. Ich habe ihn irgendwie übersehen. Aber gut, Iana. Wir gehen jetzt gleich mal zu ihm hin und werden ihm einmal von Fitness vorschwärmen. Oh, die beiden verstehen sich wirklich auch schon sehr, sehr gut. Okay, jetzt wollen sie die Unterhaltung woanders weiterführen. Sie wollen nach unten gehen. Alles klar. Kein Problem. Ach so, Raya möchte auch mitsprechen. Alles klar. Das darf sie natürlich gern. Aus irgendeinem Grund ist Christopher traurig. Wir erzählen ihm einfach mal eine dramatische Geschichte. Vielleicht heitert ihn das ja auf. Dann werden wir einmal über unsere Ängste reden, damit sie endlich diese Angst besiegt. Also diese Angst nach unerfüllten Träumern. Und dann können wir ihm unser ungewöhnliches Sammelobjekt geben. Und zwar die Statue des Wölfischen Begleiters Rengar. Auf diesem Relikt befinden sich seltsame Symbole. Nur Werwölfe, denen eine lunare Erleuchtung widerfahren ist, können die Botschaft entschlüsseln. Ja, ich habe die Botschaft jetzt nicht entschlüsselt. Ich hoffe, da standen nicht sonderlich spannende Informationen drauf, denn die werden wir vermutlich nie wiedersehen. Perfekt. Ich glaube, er hat sich darüber gefreut. Er ist nur sehr traurig und kann es nicht wirklich zeigen. Und jetzt werden wir bitten, dass wir uns seinem Rudel anschließen können und er steht direkt neben einem großen Tierhaufen. Naja, ich hoffe, er steigt nicht rein. Bevor du fortfährst, denke daran, wofür wir in der Moonwood-Kommune stehen. Okay, erstens muss sich jeder für eine gute Gemeinschaft innerhalb des Rudels einsetzen und die Gruppe unterstützen. Zweitens müssen wir als Botschafter aller Wehrwölfe eintreten und unsere Art mit Würde vertreten. Und drittens wird von uns allen erwartet, dass wir als Investition in die Zukunft für die Versorgung des Rudels sorgen. Was bedeutet, dass wir sogar unsere eigene Nahrung anbauen und es vermeiden, in der Öffentlichkeit auf Sofas rumzukauen. Okay, das ist bei denen also ganz anders als bei den White Fangs, aber das habe ich mir irgendwie schon gedacht. Und deshalb sagt Iana jetzt, hört sich toll an, ich bin dabei. Willkommen im Rudel. Iana ist der Moonwood-Kommune auf dem Rang Omega beigetreten. Neue freigeschaltete Inhalte, wöchentliche Anlieferung eines Snacks, eine Ausgabe von Der Gute Junge und neue Rudel-spezifische Interaktionen. Okay. Also perfekt, das haben wir jetzt mal abgeschlossen. Und hier haben wir folgende Rudelwerte. Also einmal Rudelbeteiligung. Leiste deinen Beitrag zur Rudelgemeinschaft, indem du andere Rudelmitglieder unterstützt. Unterhalte gute Beziehungen zu den anderen Mitgliedern, verschenke zahlreiche Rudelkumpanengeschenke und trage am Treffpunkt etwas zu den Rudelressourcen bei. Okay, also das hatten wir bei den Wildfangs ohnehin auch. Dann gibt es noch Diplomatie. Vertritt alle Werwölfe mit Würde. Sei in Biestform freundlich und herzlich zu Nicht-Werwölfen. Führe freundliche Gespräche über Werwölfe. Eigene dir Werwolf-Empathie, Diplomatie und Widerstandskraft an. Und vielleicht gelingt es dir ja sogar, eine Brücke zu Greg zu schlagen. What? Wir sollen uns mit Greg anfreunden? Tu nichts, um das negative Bild von Werwölfen zu verstärken. Sei in Biestform nicht gemeint zu Nicht-Werwölfen. Suche also keinen Streit mit ihnen und erschrecke sie nicht durch deine Boshaftigkeit oder bösartiges Heulen. Okay, ich glaube Iana darf sich leider nicht mehr mit Vampiren prügeln. Leider, das hat mir immer sehr viel Spaß bereitet. Dann haben wir noch Autarkie. Sorge für dich und die Zukunft des Rudels. Beschaffe Nahrung durch Angeln, Gärtnern oder Jagen in Biestform und bereite köstliche Mahlzeiten zu. Trage mit einem Teil deiner Ernte oder fertigen Gerichten zu den Rudelressourcen bei. Vermeide die öffentliche Demonstration von bestialischer Völlerei. Wir wissen, dass das ganz schön schwer sein kann, aber versuche vor den Augen von Nicht-Werwölfen keine Sachen zu verschlingen. Iana kann doch nur Sachen verschlingen, oder? Ich habe noch nie gesehen, dass man auch anders essen kann. Aber vielleicht hat sich das jetzt alles geändert, weil sie nicht mehr bei den Wildfangs ist? Ich bin mir nicht sicher. Gut. Dann bitten wir ihn einmal um Rudel-Mentoring. Also wir schauen am besten jetzt mal von Anfang an, dass wir uns hier anstrengen. Denn immerhin muss sie zum Alpha werden. Dann fragen wir, wie es ist, Alpha zu sein. Und dann werden wir ihm ein Geschenk geben. Wir geben ihm... Mondwächter, Topfscherbe, Lernen. Ich hoffe, das gefällt ihm. Und er steht einfach noch immer neben dem Tierhaufen. Irgendwann steigt er rein, ich sag's euch. Die beiden haben jetzt tatsächlich auch ein Gefühl miteinander. Größere, ne, jedoch glückliche Erinnerungen. Oh. Also Iana mag ihn anscheinend wirklich, wirklich gern. Sie findet nämlich auch, dass er verantwortungsvoll ist. Ich glaube, er ist sich noch nicht so ganz sicher, was er von uns haltet. Vermutlich auch, weil wir eben zuerst bei den Wildfangs waren, mit Lou ein Kind haben. Und dann haben wir uns noch mit Rory geprügelt und im letzten Part noch mit diesem Vampir. Also ich glaube, er ist noch ein bisschen skeptisch. Aber das verstehe ich. Wäre ich auch. Ja. Iana ist eben nicht die einfachste Frau, die es gibt. Und wir haben die Endnoten bekommen. Oh nein. In Recht und Ordnung haben wir eine 4+, aber in Einwanderung und Bewegung eine 6. Wie ist das denn gegangen? Wir hatten eine perfekte Präsentation und wir haben sie auch abgehalten. Oh nein, wir sind suspendiert. Was bedeutet das jetzt? Dürfen wir nicht mehr zur Uni? Oh oh. Äh. 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 Suspendiert. Und da haben wir, ehrlich gesagt, noch nicht so viel erreicht. Okay, wir sind auf Level 3. Das ist in Ordnung. Und sie muss ja noch 3 Kinder bekommen. Also mindestens 4 Kinder, glaube ich, ist in den Regeln. Also habe ich in die Regeln geschrieben. Ich habe ja die Challenge gemacht. Das heißt, das werden wir auf Level 10 schon schaffen. Oh, und jetzt haben die beiden auch eine Stimmung miteinander. Größere Nähe durch glückliche Erinnerung. Und wieso sind sie eigentlich alle immer neben dem Tierhaufen? Kann ich denn wegschmeißen? Okay, perfekt. Gut. Ich habe die Kacke von Yoru beseitigt. Oh, die beiden sind so süß. Und Yoru möchte jetzt auch mit ihnen sprechen lernen. Oh, sie sind so süß. Irgendwie braucht Yoru mehr Aufmerksamkeit als unser Kind. Gut, dann werden wir ihm einen ganz besonderen Schmerzer geben. Dann können wir mit ihm eine intellektuelle Diskussion führen. Und dann werden wir ihn mal an seiner Lieblingsstelle kratzen. Und dann werden wir Raya aber weiter Sprechen beibringen. Und dann werden wir Raya beibringen, bitte und Danke zu sagen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das können wir danach dann ja angehen. Raya hat jetzt Level 4 der Kommunikationsfähigkeit erreicht. Sie ist aber auch schon unglaublich müde. Das heißt, Iana wird sie jetzt einfach mal in den Schlaf lesen. Dann kann sie noch einmal mit Yoru joggen gehen. Immerhin hat sie schon sehr lange keinen Sport mehr gemacht. Und sie ist ja ein sehr aktiver Sim und sie braucht ja sehr viel Sport. Also ich glaube, sie braucht es wirklich mal. Dann kann sie joggen gehen. Vielleicht kann sie dann später hier draußen auch noch ein bisschen trainieren. Und dann wird auch schon sie ins Bett gehen müssen. Denn morgen ist ein sehr, sehr anstrengender Tag für alle. Denn immerhin wird die kleine Raya Geburtstag feiern. Und ich glaube, wir werden draus eine ziemlich große Feier machen. Okay, irgendwie möchte Raya allein ins Bett. Alles klar. Also ziemlich große Feier. Auf jeden Fall wird sie ihre Eltern einladen. Lou weiß ich noch nicht, ob wir einladen werden. Und vielleicht noch ein paar Freunde von ihr. Und jetzt haben wir Dienstag kurz nach 8 Uhr früh. Iana ist gerade dabei, einen Kokosnusskuchen zu backen. Da eben heute die kleine Raya Geburtstag hat. Aber aus irgendeinem Grund ist Iana auch traurig. Wegen einer vernachlässigten Freundschaft. Oh. Keine Ahnung, was sie da gerade kaputt gemacht hat. Wenn ein Sim so viele Freunde hat, kann es schwierig sein, alle Freundschaften zu pflegen. Trotzdem fühlt sich Iana schlecht, wenn eine Freundschaft in die Brüche geht. Oh, ich glaube, das ist wegen Lilly. Also die wollte ja unsere beste Freundin sein, aber wir wollten nicht. Und ich glaube, dass sie uns jetzt nicht mehr so gerne mag. Ja. Da kann man jetzt leider nichts machen. Auf jeden Fall werden wir jetzt aber mit Raya Geburtstag feiern. Das heißt, wir fügen jetzt eine Geburtstagsparty hinzu. Unser Geburtstagskind ist natürlich unsere kleine Koraya, Juna. Und einladen werden wir. Auf jeden Fall mal Jason und Aluna. Mike werden wir nicht einladen. Ich glaube nicht, dass sie ihre Beziehung an die große Glocke hängen möchte. Dann werden wir noch Lilly hübsch einladen. Das ist ja unsere Freundin von der Uni. Außerdem können wir Christopher einladen und dann noch Lilly. Ich glaube nämlich, dass es für Iana sehr, sehr wichtig ist, dass ihre Eltern wissen, dass es auch gute Wehrwölfe gibt. Bis jetzt haben sie ja nur Lou kennengelernt. Und wie Lou ist, das wissen wir alle. Ja, Cater, Mixer und Entertainer brauchen wir nicht. Stattfinden wird das Ganze hier. Jetzt müsste ich nur wissen, wie unser Haus heißt. Oh, hier. Old Farmhouse. Alles klar. Und wir starten, glaube ich, so gegen 12. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit, um uns darauf vorzubereiten. Yoru ist aus irgendeinem Grund auch schon wieder unglaublich unruhig. Also ich liebe Yoru, aber ich muss sagen, er braucht schon relativ viel Aufmerksamkeit. Perfekt. Der Kuchen ist fertig. Dann können wir gleich mal Geburtstagskerzen hinzufügen. Und dann kümmere dich wieder um Yoru. Wir geben ihm eine tröstliche Umarmung. Oh, jetzt ruft Lilly uns an. Weißt du was? Mein Date ist sehr gut gelaufen. Das freut mich für dich. Herzlichen Glückwunsch. Dann werden wir ihn einmal streicheln. Dann werden wir ihm unsere Probleme gestehen. Und dann fragen wir ihn mal, was los ist. Was hat Yoru denn? Okay. Keine Ahnung. Anscheinend hat er keine Probleme. Aber Iyana, du kannst jetzt eigentlich noch einmal was kochen. Und zwar kannst du einmal Frühstück zubereiten für dich und deine Tochter. Machen wir einmal eine Familiengrüße, Eier und Toast. Ich habe übrigens keine Ahnung, woher sie diesen Ball hat. Fußball von Zwergsport. Okay. Oh, ich sehe gerade, Raya wünscht sich mit Lurumalbern. Die Arme. Die versteht natürlich überhaupt nicht, wieso ihr Fahrzeug gerade nicht mehr da ist. Ich werde das jetzt mal anpinnen. Ich hoffe, das bleibt auch, wenn sie ein Kind ist. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wann sie Lou wieder sieht. Die sind befreundet? Die sind ja gar nicht befreundet. Die verstehen sich gar nicht so gut. Und wir haben hier noch immer ungewolltes Kind. Also, ja. Die verstehen sich gar nicht gut, tatsächlich. Und die Party startet bald. Die beiden frühstücken gerade. Und wie sollte es anders sein? Raya sitzt hier auf der Couch. Und Jana sitzt hier am Tisch. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber die können nie an einem Tisch sitzen. Ja, ich verstehe es nicht. Vielleicht haben sie gern Abstand voneinander. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall startet die Party gleich. Also, die Gäste sollten wirklich gleich kommen. Geburtstagsparty fängt bald an. Bist du bereit anzufangen? Ja, klar. Los geht's. Hauptziel ist Kerzen ausblasen, Witze erzählen, Simms gleichzeitig an der Stereoanlage zuhören lassen und Getränke zu bereiten. Wir haben ja keine Stereoanlage. Was glauben die denn, wer wir sind? Wir werden einmal über Interessen reden und werden ihn einmal umarmen. Jana, sprich mal mit deinem Vater. Wir werden ihn einmal umarmen. Und dann wird sie noch ihre Mutter den Tag verschönern. Ich hab's irgendwie geschafft, Jana nicht als Gastgeberin zu machen, deshalb, ja, muss Raya sich um die Gäste kümmern. Äh, ja, und Raya kann noch mit niemandem reden. Ist Aluna schwanger? Aluna ist doch schwanger, oder? Wait. Das muss ich mir kurz anschauen. Ja, sie ist schwanger mit einer Tochter. Oh, Jana bekommt noch eine Schwester. Wie süß ist das? Perfekt. Unsere anderen Gäste sind irgendwie noch nicht gekommen. Ah, die sind da oben. Ja, alles klar. Wo sonst? Lilly und Christopher möchten lieber da oben sein. Aber dürfen sie natürlich, wenn sie das möchten. Aber ich hätte gesagt, dann blasen wir gleich mal die Kerzen aus. Denn die anderen Aufgaben kann eben nur Raya erfüllen. Und das wäre ein bisschen blöd, wenn die nicht erfüllt werden. Deshalb wird Jana jetzt ihrer Tochter helfen, die Kerzen auszublasen. Oh, ich bin schon so gespannt, wie sie aussieht als Kind. Und ich habe auch noch gar keine Idee, wie sie so als Kind wird. Also jetzt hat sie ja das Merkmal unabhängig. Und sie hat sehr viel Fantasiefähigkeit. Also hier hat sie tatsächlich Level 5. Sie ist aber auch sehr kommunikativ und auch sehr motorisch. Also logisches Denken ist das Einzige, das nicht zu ihr ist. Aber in allem anderen ist sie eigentlich schon als Kleinkind sehr, sehr erfolgreich, muss ich sagen. Und jetzt hat unsere kleine Raya Geburtstag. Schaut alle her, sie wird älter. Wieso schaut denn niemand zu? Okay, perfekt. Was geben wir ihr für ein Bestreben? Ich überlege zwischen Kreativ und Motorik. Aber irgendwie glaube ich, wird Motorik besser zu ihr passen. Wobei sie ist halt auch sehr sozial. Ich glaube, wir geben ihr sozial. Das passt auch ganz gut, weil sie war ja immer sehr unabhängig und hat immer alles irgendwie alleine geschafft. Und dadurch auch schon sehr früh eigentlich mit Fremden geredet. Und ich glaube, dass sie da als Kind jetzt nicht schüchtern oder so ist, sondern einfach ein sehr soziales und sehr offenes Kind. Liebling der Massen. Sehr gut. Und ihr Merkmal? Selbstsicher würde gut passen. Gesellig würde natürlich auch gut passen. Aber nein, ich glaube, wir geben ihr selbstsicher. Diese Sims neigen dazu, selbstsicher zu sein. Das passt doch ganz gut. Perfekt. Und wie sieht sie aus? Oh mein Gott, sie ist so schön. Und Lou hat uns ein Geschenk geschickt. Und Hannah hat ein Geschenk geschickt. Äh, wer ist Hannah? Und sie spielt gleich mit ihren Spielsachen. Wie süß ist das? Ich habe keine Ahnung, wer Hannah ist. Kennst du Hannah? Äh, ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer Hannah ist. Auf jeden Fall gehen wir dann jetzt gleich in den Create-A-Sim und werden unserer kleinen Coriah ein Umstelling geben. Und hier könnten wir jetzt prinzipiell noch zwei Merkmale geben. Also ich habe ja eigentlich den Mod mit den mehr Merkmalen. Aber aus irgendeinem Grund funktioniert der nur mehr so halb. Deshalb lasse ich das jetzt einfach mal. Und dann geht es jetzt los. Und dann geht es jetzt los. Und dann geht es um Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020